Ja, äh, noch immer in diesem schönen Gebäude und auf Ballisto warten, ach ne, der ist ja mittlerweile da, äh, ja, müssen wir uns hier immer noch, äh, vorankämpfen und das machen wir jetzt einfach mal, so. Hui! Ja, wenn du so viel Kraft hast, kannst du das Gebäude halten. Da sind welche. Feuer einstellen, ich komm vorbei! Ja, da sind welche, da sind welche. Oh, fein, jung, der besten. FTV. Oh, Heddy. Heddy. Uh. Ne, wir wussten den. Ja, ja, ich steh hier mitten am Balkon. Ja, kein Ding. Da sind gerade ganz viele in das Gebäude dran, ich weiß es nicht, wo die jetzt rauskommen gleich. Oh, da kommen sie. Ja. Zielobjekt ausgeschafft. Feind, Kontakt, Schütze, 100 Meter, Norden, tot. Nicht alle auf Eimer, oder? Feuer einstellen, ich komme vorbei. Warum? Gewehrschütze, 75 Meter, Norden. Zielobjekt tot. So. Das war mein, das war mein Ziel, Mann. Frau. Opa. Oh, Mann. Klingt wie Feindbeschuss. Aber klingt auch nur so. Oh, dann kommen wir mal her, Heddy, Geruch. Fein, ich. Schätze. Wie viel hast du? Erwischt. Keine Ahnung, ich hab aufgehört mitzuzählen. Zieler... Ja, ich auch. Darf ich dich mal was Ernsthaftes fragen? Schieß los. Wer würde gewinnen, Bruce Lee oder Jet Lee? Ich glaube, ich glaube Bruce Lee. Das ist eine ernsthafte Frage. Wir werden gleich von einer Million Chinesen überrannt. Und das ist das, was du wissen willst? Ich dachte nur bei all diesem China-Kram hier. Hey, vielleicht treffen wir ja Jet Lee, wenn die uns gefangen nehmen. Hör doch einfach auf, so eine Scheiße zu labern. Schütze, 150 Meter. Verdammte Scheiße, Mann. Wo bleiben die verfickten Panzer? Was? Mussten die nach dem Weg tragen? Durchhalten. Die Panzer sind in etwa zwei Minuten hier. Gewehrschütze, 100 Meter, Norden. Erledigt. Erledigt. Gegner am Boden. Schieß er endlich, Mensch, du Penner. Gewehrschütze, 100 Meter, Nordosten. Zielobjekt tot. Tot. Lade nah. Gewehrschütze, 150 Meter. Alter, warum schreien die eigentlich so? Damit doch jeder hört. Feuer einstellig, komm vorbei. Erledigt. Bei einem Feueralarm schreist du auch nicht ganz leicht. Entschuldigung, es ist Feueralarm. Keine Panne. Gewehrschütze, 200 Meter, Norden. Erledigt. Ich glaube, ich sehe was. Ich bin einfach nur ein Pro. Mach ich aber immer. Mach ich aber immer. Okay, dann hast du super. Zielob, Gewehrschütze, 100 Meter, Norden. Möglicher Feindkontakt, 100 Meter, Nordosten. Ich glaube, wir haben gleichzeitig geschossen. Wirklicher Feindkontakt, 100 Meter, Norden. Aber wie die mal zuckeln da, ne? Ja. Schütze, 100 Meter, Norden. Gegner am Boden. Nicht schießen, ich komm durch. Ausgeschaltet. Lade nach. Ich bin jetzt schon so nicht zum Arsch, ey. Das ist aber nicht sehr präzise. Ja, Komunikation, wo stecken die Wingser? Ja, wir sind direkt neben der Munition. Voll praktisch. Gewehrschütze, 200 Meter, Norden. Hier Alpha Team, wir werden angegriffen. Gewehrschütze, 150 Meter, Nordosten. Zielobjekt ruhiggestellt. Lade nach. Ich bin Iron House 3, die Iron House 3. Mehr mit ihrer Position von Hüsten. Können sie euch hier so viel helfen? Ey, macht ihr eigentlich nur was oder so? Ich hab das Gefühl, ich mach das hier alles alleine gerade. Ich hab das Gefühl, ich mach das hier alles alleine gerade. Ich hab das Gefühl, ich mach das hier alles alleine gerade. Ich hab das Gefühl, ich mach das hier tausende von Läufen ab. Ich seh's nicht. Ja, du siehst du halt was zu sehen. Ja, kann auch sein. Ach so, ich dachte, ich kann um die Ecke endlich schießen, dachte ich. Ja. Das erklärt einiges. Gewehrschütze, 200 Meter, Norden. Alles unserer. Ach so. Zielobjekt, Schütze, 200 Meter, Norden. Wär ja jetzt schlimmer, wenn ich die Javelin drauf gefeuert hätte. Gewehrschütze, 500 Meter, hey, nicht schießen. Gewehrschütze, 100 Meter, Norden. Zielobjekt, Reuch, gestellt. Ist auch wieder so ein Genie, ey. Wo? Schütze, 75 Meter, Norden. Ja, das war's mit dem Panzer, ne? Ach nee, der steht noch. Oha. Gewehrschütze, 50 Meter, Norden. Gewehrschütze, 150 Meter, Norden. Oh, von links kommen sie jetzt auch. Von links. Ja, ich kann nix mehr sehen. Norden. Zielobjekt erledigt. Gut, da ist ein Wärmedingpunkt, die Dinge haben. Gewehrschütze, 100 Meter, nicht schießen, ich komm durch. Mit N. Gewehrschütze, 100 Meter, Norden. Ich brauch's aber nicht. Ich steh unter Beschuss. Jo. Gewehrschütze, 200 Meter, Norden, tot. Gewehrschütze, 100 Meter, nicht schießen, ich komm durch. Das wird doch auch gar nicht weniger oder so. Laden ab. Gewehrschütze, 150 Meter. 50 Meter, Nordosten. Also ich schieße jetzt aus der Hüfte. Stehe unter Beschuss, Feuer einstellen, ich komm vorbei. Ja, deswegen triffst du mich. Ja, das... Gewehrschütze, 200 Meter. Die PLA haut auf der Plage. Verfolgen wir sie, kommen. Negativ, Marine. Zieh dich zurück, die Schweine. Outlaw Häuptling hier, Outlaw 21, Iron Horse 3 ist jetzt im Einsatzgebiet von DLA zurück. Lade nochmal einen Muni nach. Erwenden Erlaubnis zum Angriff. Häuptling, kommen. Erlaubnis erteilt Outlaw 21, teilen Sie Ihre Trupps auf und rufen Sie die Stadt mit allen Mitteln zurück. Ich habe gesehen, was Ihre Männer können und diese Outlaw-Magie brauchen wir 21, komm. Verstanden Häuptling, Zauberstäbe geladen und entsichert, Ende. Also dann Bravo und Charlie. Wir zaubern hier gleich was geheim anderes hin. Die Trupps von Iron Horse 3 mit und stoßt nordwärts an der Fabrik vorbei vor. Da rückt ihr nach Osten in die Erzraffinerie vor. Trupp, tromm. Alpha, ihr rückt mit etwas Hilfe von den Schützenpanzern nach Osten vor. Beschießt die Gebäude südlich der Raffinerie und lockt so die PLA von Bravo und Charlie weg. Beschäftigt sie eine Weile. Sobald Bravo und Charlie in Stellung sind, rücken alle Einheiten auf die Erzraffinerie vor und werfen die PLA raus. CS kann sich um den Rest kümmern, aber wir müssen diese Stellung sichern. Gewehrschütze, 200 Meter, Nordosten. Zielobjekt auf dem Weg zur Hölle. Also der Patrick rollt hier mit dem Scharfschützengewehr auch weg. Oh, das war doch doch doch. Gewehrschütze, 150 Meter, Nordosten. Oh, den habe ich erwischt. Erledigt. Gewehrschütze, 100 Meter, Nordosten. Zielobjekt erledigt. Gewehrschütze, 200 Meter, Nordosten. Zielobjekt tot. Schütze, 150 Meter, Nordosten. Tod. Lade nach. Gewehrschütze, 75 Meter, Westen. Erledigt. Hab ich. Panzerabwehrgeschütz, 100 Meter, Westen. Gegner am Boden. Gewehrschütze, 100 Meter, Nordosten. Gewehrschütze, 150 Meter, Westen. Tod. Oh, Alter sind das viele. Gewehrschütze, 75 Meter, Nordosten. Die zerfetzen uns hier, Bravo. Wo steckt ihr? Hinter die Container, da kriegen wir einfach am besten Deckung. Gewehrschütze, 200 Meter, Westen. Zielobjekt erledigt. Gewehrschütze, 100 Meter, Norden. Wie wär's mit etwas? Hilfe, Jungs. Zielobjekt tot. Erledigt. Ich bin gerade das Haus mal so ein bisschen inspiziert. Scharfschütze, 100 Meter, Nordwesten. Langweilig. Panzerabwehrgeschütz, 100 Meter, Nordwesten. Da hinten ist der Angriff, den müssen wir aufhalten. Ich halte das jetzt alles mal auf. Allerledigt. Gewehrschütze, 50 Meter, Norden. Ja, ja. Alles schon im Griff hier. Schütze, 50 Meter, Norden. Nee, passt schon. Erledigt. Ja, ich erledige die alle. Zack. Zack. Lade nach. Gewehrschütze, 250 Meter, Westen. Erledigt. Ich bin getroffen. Sanitäter. Ja, ich bin aber nicht tot. Was, scheiße? Schütze, 75 Meter, Norden. Ach, shit. Ich hab jetzt vielleicht schon gewettet, wer hier stirbt. Ja, klar, ey. Waren wir klar, waren wir klar. Ja, dickes. Fett Geld verloren, ne? Scharfschütze, 150 Meter, Nordwesten. Tod. Was hast du verdient, du Sau? Danke. Bitte. Panzerabwehrgeschütz, 150 Meter, Nordwesten. Erledigt. Alter, wie rennen die Penner denn hier, ey? So, ich hab's da alles. Ist noch einer. Gewehrschütze, 100 Meter, Westen. Zielobjekt erledigt. Nein, Radar sagt mir, Racer hat noch keinen Abschluss mehr. Tod. Ja, die kommen ja immer wieder nach. Zielobjekt tot. Ich hab gar nicht. Du siehst, das siehst du nur. Gewehrschütze, 250 Meter, Westen. Okay, das war dämlich, was ich jetzt gemacht hab. Ne, ich bin vorm Haus gesprungen. Das war nicht so blöd. Ja. Selbstmord, ja? Ja, quasi. Halt die Schnauze, Alter. Schnauze. Hauf, hat er hinter dir. So, der ist weg. Oh. Ne, kein Mock, ey. Das ist viel zu anstrengend. Oh. Stellung halten, bravo. Charlie und Alpha stoßen vom Süden zu euch. Outlaw Häuptling, ihr Outlaw 2.1. Da wird dahinten versichert. Nein, das ist doch ein Ziel mit 100 Metern. Verstanden, Outlaw 2.1. Gute Arbeit. Ihr seid jetzt unsere Augen und Ohren. Achtung, die PLA setzt alles ein und die Schatz rückwärts. Ja, hier ist ja mit Javelin. Hier, zwei Stück. Oh, schön. Lump euch die mal. Ja, nimm du die mal. Ich schnauper die mal. Ja, ich auch. Ja, ich hab mal das richtig gestern. Also, Ende. Hier ist, hier ist das Moor übrigens. Oh, wo ist Munition? Wo? Wo ist Fly Miel? Ach, da. Wo bist du? Wer bist du? Wer spricht da? Hä? Bin ich jetzt so tot, um da reinzukommen oder was? Ey. Ach, da ist der Fly. Ach, da. Die zerfetzen uns hier, bravo. Wo steckt ihr? Ja, streng sie fest da, glaube ich. Ja, wir sind erst mal nach oben. Ja, hier ist doch eine Treppe. Hier. Ja, im anderen Gebäude. Gegenüber. Ach so. Oder? Nee. Hä? Hier war doch gerade noch eine Treppe. Die haben wir weggebaut. Ach so, das meine ich doch. Ja, sagt das doch mal einer. Ja, guck doch selber mal. Ach, toll. Ach, hier ist die Treppe. Hier ist jede Menge. Ja, hier ist, hier ist gut Munition. Kann man aber nicht. Wo ist ja das Ziel? Ich sehe das gar nicht. Ach, ganz oben. Ach so. Ja, man kommt aber nicht weiter. Hä? Wie soll man denn jetzt hier? Wahrscheinlich muss man da gar nicht hoch. Wahrscheinlich reicht das mit der Etage, denke ich mal. Ja, aber da sieht ja nichts. Was soll man da reinlaufen, in das Feld? Kann es sein, dass wir warten? Der Geleitschutz. Ja, ja. Ja, soll ich mal... Ja, soll ich... Ja, soll ich... Geleitschüsse sind die optionalen. Ja, soll mal hierin kommen, Alter, ey. Der kommt doch. Ja, brauche aber lang. Ja. Ja. Also irgendwas stimmt hier nicht. Kontakt, Gewehrschütze, 300 Meter, Südwesten. Wo? Ja, wir treffen doch von hier aus nix. Wir bleiben trotzdem hier. Alter, wie scheiße ist das denn, ey? Ja, gute... 300 Meter, das ist schon ein bisschen ganz stück. Das habe ich mich eben auch gefragt. Tja. Spannung pur. Ich kann mich hier gar nicht mehr vor, äh, nur Action retten. Vor, äh, wahnsinniger... Ey, Patrick, guck mal nach rechts, da steht ein Feind. Ha, ha, ha. Ja. Ich hätte fast geschossen. Ja, ja. Mich und den Ballisto, ne? Ne, der ist da. Lass da einfach mal hingehen, ey. Bleibt ihr mal da, ich geh mal gucken. Okay. Aber das ganze Spiel stimmt nicht. Das ganze Spiel ist ein Fehler. Ey. Na, das ist jetzt, werden es langsam mehr als nur einer. Also, Fly, sollen wir warten, dass der Pazen stirbt? Ja, äh... Ich knall dir gerade die ganzen Gegner ab. Schütze, 300 Meter, Südwesten. Zielobjekt ausgeschaltet. Ja, ich habe, glaube ich, fünf Gegner oder so abgeschossen. Ja, komm, du hast gar keinen Kill. Ja, klar, ich habe da eben die ganzen Typen, die Seile-Kills. Oh, ne, hier fliegt irgendwelche Mörser, da gehe ich nicht hin. So, jetzt stehe ich neben dir. So. Wie, du bist aber mitgekommen, oder was? Lortz und hinten bleiben, da hab ich gesagt. Na, auch nicht. Hier ist doch nix. Klar, vor uns. Aber macht irgendwie keinen Sinn. Ne, wenn wir den Gleitschutz da dabei bleiben sollen, dann macht das hier überhaupt keinen Sinn. Gewehrschütze, 100 Meter, Südwesten. Spiel ruckelt. Lade nach. Gewehrschütze, 100 Meter, Südwesten. Da ist keiner, Mensch. Das ist einer. Ja, im Gebäude sind die drin alle. Ganz ehrlich, das ist Quatsch, wenn das Ziel ganz weit irgendwo anders ist, ey. Komm, ich gehe zurück. Ich gehe mal zu dem Gleitschutz. Guck mal, ob da so abgeht. Ich sehe auch keinen, der Weimarer war dafür, eine kurze Pause einzulegen. Ja, warte, ich komme zurück. Ja, ich komme auch nicht ganz zurück. Ich bin auch wieder back to business jetzt. Ja, ich check mal eben den Gleitschutzabkommen. So viel Zeit muss sein. Ey, was ist der denn? War das ein Panzer? Ach, der Fly ist vorher. Der Fly ist hier. Ja, super, jetzt stehe ich hier und kann nichts machen, oder was? Ey, wollte ich jetzt verarschen. Warum soll ich den Gleitschutz geben? Mann, voll Rost hier. So, äh, ja. Komm, wir wissen überhaupt nicht, wo es hier lang geht. Ja, komm, wir machen mal eine Pause. Ich renne dann währenddessen zurück. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.